So Ja, erzähl weiter, ich nehm schon auf Also Was, du nehmst nicht auf? Doch, ich nehm schon auf So, Leute Ich zieh jetzt Pio durch Sie hat Level Equipment an Was hast du an an Equipment so, alles? Wie viele Account-Kobundesachen hast du insgesamt an? Alles klar, ich guck selber Also, betrachten Mann, ich esse gerade Mir wird gar nichts angezeigt Eigentlich bist du nackt Das kann ja eigentlich schon mal gar nicht sein Ich kann's jedenfalls nicht sehen, mir wurde gar nichts angezeigt Ja, okay, also die Hose Brustumhang Schulter Stab und Schmuckstücke Kopfteil Also im Prinzip ziemlich alles Ja Gut Ich zieh sie Ich zieh sie jetzt durch jede Innie einmal Und dann wollen wir mal gucken, wie lange es dauern würde, bis sie Level 100 ist Oder wie weit man kommen würde, wenn wir tatsächlich jede Innie, die man solo machen könnte Ne? Durchbollert So, wo ist dieser Eingang hier? Weiter unten Weiter unten Mhm Kommst du hinterher? Wenn du die Map öffnest? Ja, ich bin nicht so schnell wie du Scheiße, ja ich hab noch hier, ähm, Aspekte an Die Map öffnen Weißt du? Ich bin nicht so der Typ für Hm, hab ich schon gemerkt Hm, ich glaub hier ist was Ne Doch nicht Aber du läufst schön mit Mein Gott, das ist ja wie früher Ja Wenn du mir folgst Ich soll dir folgen Ja, du sollst mir folgen Ja, du sollst mir folgen Zumindest in der Sache, aber egal Ich weiß ja, wo der Eingang ist Ich war auf dem richtigen Weg Ja Oh, du hast noch einen Vero, warte, warte, warte Warte Ja, warte Ja, hab's Normal Wo wird das nochmal angezeigt jetzt? Gut, gehen wir mal rein So, und schön hinter mir bleiben, denn ich bin hier der Weiße Ritter Hm, okay So, willst du die Quest annehmen, oder? Kann ich gar nicht Ne Kann man erst mit 15 Ist auch nicht Sinn der Sache, denn wir wollen ja einfach nur so durch Hm So So Jetzt kriegst du noch einen EP Hm, hm Ähm, 7, 25, ähm, 9 Ziemlich viel, also Oh, oh, oh Könnte echt noch weit hinlauern gehen Ja, ich glaub bei den Essen ist das noch nicht so der Knaller Ja, ich stell mal kurz mein Pad um Bisschen blöd, wenn man keinen Fokus hat irgendwie Du kannst ja zur Not auch mal überschießen Oh, was schießt Ah, oh, sonst Hm 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 So Hm 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 So 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 Hm 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 so der Boss gab es aber mehr oder? äh, ja steht das bei dir nicht an der Seite? ne, ich sehe gar nix warte 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 äh, Kluptalk Helix Ritzelbrecher Admiral Knorrreißer Captain, Kapitän Krümel und Feinschnitt der 5000 Kapitän Krümel ist übrigens mein absoluter Lieblingsboss die Sohn ein Börsen in W.O.W. überhaupt so weil er total cool ist und mit Essen schmeißt und jetzt ist ein Möller die heißen noch Moloch Möller genau so Piu weißt du es wäre geiler wenn man mehr Fokus hätte ja aber du hast dich ja dafür entschieden das mit deinem Hunter zu machen ja das war auch eine bewusste Entscheidung du hattest mit Sicherheit deine Gründe äh ich lasse mich nicht von dir dissen du musst übrigens looten weil ich loote nicht ja ich loote doch die ganze Zeit ständig stetig und sogar die Tür wieder in Dons zugemacht gehört Staub reinkommt oder was genau äh was schon fertig Jo aber Boss den lootest du Boss den lootest du immer ne ich hab den Dings nur benutzt ach den Wummerang ich hab nichts bekommen davon ich mein ich muss nicht looten ich krieg ja eh den Anteil an die paar Silber kann den blablablabla den Anteil an dem paar Silber hier krieg ich ja ohnehin von da ja 186 Ton Damage mein Gott bin ich gut ja du bist echt schon Pro also bei mir steht sogar 2 189 mit Autohit ja fast ja also das ist schon der Knaller muss man schon sagen ist schon beeindruckend oder ja auf jeden Fall ich fühle mich auch richtig geil gerade äh also vom Gefühl her so mhm jo so weiter geht's ok Klickzeilung hab ich auch schon sag mir mal Bescheid wenn du aufsteigst das würde mich einfach interessieren ja ich hab auf jeden Fall jetzt schon halbes Level voll aber ich hatte auch äh muss man aller Fairness halber sagen wir werden zurück Anfang des äh Dungeons schon ein bisschen EP weil ich halt also wenn man halt den Weg macht von äh düster wie heißt denn das da? Dunkelküste oder was meinst du? Dunkelküste ja genau von der Dunkelküste bis äh nach Sturmbind dann kriegt man ja für jeden scheiß EP hm hm und dann von da aus auch nochmal nach Westphal da hab ich wahrscheinlich auch nochmal EP bekommen ja ich verfehle leider meistens sonst würde ich ja vielleicht noch irgendwie was machen hm weißt du ist nicht so wichtig ja was war das denn? hast du es gesehen? nee aber ich konnte erst gar nicht äh beschießen ah ja ich auch nicht Tür ist verschlossen Tür ist verschlossen Achso, scheiße, genau, die Fanone ups ja das wollte ich jetzt sagen jetzt hab ich meinen ersten Schaden, uhuuu ooh oooh kritischer Moment 26 EP bekomme ich jetzt pro Moment ich glaube das steigt auch also wenn ich jetzt ähm höhere Level bekomme bis 15, 16 irgendwie bekomme ich auch irgendwie mehr EP als mit 10 hm Warum kann ich nicht sagen, ist aber so. Ja, ist doch ganz einfach. Die haben ja ab jedem Add-on haben sie ja die EP für die Zonen angehoben. Scheiße. Das heißt, du könntest mit 80 im Wattel kriegst du wahrscheinlich weniger als mit 80 im anderen Gebiet. Also so in der Art. Absolut geowned. Das ist schon krass, wenn man so einen krassen Typen mit hat, der alles macht so, ne? Ja, der... genau. Ich mach hier alles klar. So, Gott. Fokus. Fokus. Verdammte Fokus, ey. Das ist auch weg, da komm ich nicht hinter, irgendwie. Zack. Hallo, scheiße. Was mache ich denn jetzt hier? Verdammt. Uuuh. Kann ich denen helfen? Ne, mir ist nicht mehr zu helfen. Okay. Wie komm ich von dieser Scheiße? Was denn? Ja, alles gut, alles gut. War nur, ähm... Ähm, wie sagt man... So, ich krieg grad grad den Kaputen. Die technische Fehler war es so. Ein technischer Fehler, ja, oder? Fehler 40. Bis es zu spät ist. So, wo ist er denn jetzt? Hast du den? Ah, den hast du schon. Ach ja, hier. Himmel ist hier drin. Da! Ah, der Beste! 27 Silber! Digga! Das ist so süß! Okay, ich bin Stufe 11, weil du es nicht mitbekommen hast. Hab ich mitbekommen. Okay. 27 Silber. Scheiße, die Warte. Ja, immerhin, ne? Ich mein, es ist ja schon fast ein halbes... Naja, ein Viertelgold, okay. Aber wirklich nicht mehr, ne? So, dann machen wir uns mal auf zum nächsten, ne? Ach, du willst jetzt? Äh, direkt mit einem anderen Dungeon weiter machen. Ja, klar. Ja, klar. Bis gleich!